Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Und zwar gilt es mal für alle, die mich für arrogant halten. Ich muss auf gewisse Weise sagen, dass ich in meinen Videos arrogant wirke, finde ich meiner Meinung nach nicht mehr so schlimm, wie ich es mal gefunden habe. Es tut mir leid, dass ich arrogant wirke, aber warum habe ich nicht das Recht verdient, in gewisser Weise arrogant in meinen Videos zu wirken? Und wenn ihr jetzt sagt, dann hör halt auf. Nein, ich hör nicht auf. Ich lasse mich nicht von Leuten unterkriegen, die ihre eigene Scheiße nicht im Griff haben. Also ganz ehrlich, hört auf mit dieser Scheiße, ja. Das ist nämlich kein Spiel. Und wie gesagt, wenn ich ein bisschen arrogant wirke, habe ich mir das, glaube ich, irgendwo nach drei Jahren auch verdient. Ziele fürs neue Jahr sind wie gesagt die 100.000 Abos. Ich möchte eigentlich auch jetzt mit Drachenlord weitermachen, also Drachenlord soll wieder kommen. Morgen wird kein Dragon Monday kommen, beziehungsweise vielleicht heute, das kommt darauf an, wann dieses Video jetzt kommt. Das werde ich erst in einer Woche wieder aufnehmen und dann soll er wieder regelmäßig kommen. Gut, heute Abend gibt es noch einen Livestream, das heißt am Sonntagabend soll es wieder einen Livestream geben. Das ist dann der erste Livestream im neuen Jahr. Ich möchte mit meinen Livestreams weitermachen, ich möchte die Livestreams ein bisschen ausbauen. Und viele meinten auch, ich soll mehr Gaming machen. Es wird definitiv mit Life of Stranger weitergehen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und ich wünsche euch noch ein weiteres, gutes, neues Jahr 2017. Bis dahin, euer Drache. Tschö, tschö.